Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie viel Uhr ist es jetzt? Wie viel Uhr ist es jetzt? Wohin gehst du? Wohin gehst du? I'm hungry. Ich bin hungrig. I'm thirsty. Ich habe Durst. I'm tired. Ich bin müde. Ich bin schläfrig. Ich bin schläfrig. Nice day, isn't it? Schöner Tag, nicht wahr? Schöner Tag, nicht wahr? Es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. It's a little cold outside. Es ist ein bisschen kalt draußen. Es ist sehr heiß draußen. Es ist sehr heiß draußen. It's cool today, isn't it? Heute ist es kühl, nicht wahr? Heute ist es warm, nicht wahr? Heute ist es warm, nicht wahr? Yes. Ja. 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 Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. How are you doing? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? I'm fine. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Same as usual. So wie immer. Sonntag. Wie immer. So wie immer. Hallo. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Auf Wiedersehen, für diejenigen, die gehen. My name is Mary Smith. Ich heiße Mary Smith. Ich heiße Mary Smith. I'm from London. Ich bin aus London. Have you ever been to Canada before? Waren Sie schon einmal in Kanada? I need to go to the bathroom. Ich muss auf die Toilette gehen. Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Nice to meet you. Schön, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Long time no see. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Thank you. Danke. Thank you for your help. Danke für deine Hilfe. You're welcome. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. I'm sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Danke, dass Sie gewartet haben. Danke, dass Sie gewartet haben. Dasselbe. Sie gewartet haben. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 32 Jahre alt. Bist du hungrig? Bist du hungrig? Bist du hungrig? I am thirsty. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Would you like something to drink? Möchten Sie etwas zu trinken? Möchten Sie etwas zu trinken? What is your favorite food? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? My favorite food is hamburger. Mein Lieblingsessen ist hamburger. Mein Lieblingsessen ist hamburger. Mein Lieblingsessen ist hamburger. That's right. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Very good. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Not so good. Nicht so gut. Nicht so gut. Can you help me? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Mit Vergnügen? Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Let me see. Lass mich sehen. By the way. Apropos. 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 For example. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Beispiel. Zum. What did you say? Was haben Sie gesagt? Was. Haben. Was. Sie. Gesagt. Was haben Sie gesagt? Could you say that again? Könnten Sie das noch einmal sagen? Könnten. Sie. Das. Noch. Einmal. Sagen. Könnten Sie das noch einmal sagen? Könnten Sie ein bisschen langsamer sprechen? Könnten Sie ein bisschen langsamer sprechen? Was bedeutet das? Was bedeutet das? I can't hear you. Ich kann sie nicht hören. Ich kann sie nicht hören. Ich kann sie nicht hören. Wie lesen Sie dieser Charakter? Wie lesen Sie dieser Charakter? Could you write it down here? Könnten Sie es hier aufschreiben? Könnten Sie es hier aufschreiben? Gibt es jemanden, der Englisch sprechen kann? Gibt es jemanden, der Englisch sprechen kann? May I ask you something? Daff ich sie etwas fragen? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Why? Warum? Warum? Was tust du? Was tust du? What day is it today? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. See you again. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Are you busy at the moment? Bist du gerade beschäftigt? Bist du gerade beschäftigt? Bist du beschäftigt bei der Arbeit? Ich bin sehr beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Really? Ja, wirklich? Nein, danke. Nein, danke. Do you understand? Verstehst du? Verstehst du? I understand. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Es kann nicht mit dementsprechend nicht kennen. Kennen sie es? Kennen sie es? Kennen sie es? Welche Art von Arbeit verrichten Sie? Welche Artikel von Arbeit verrichten Sie? Welche Art von Arbeit verrichten Sie? Ich arbeite in einem Kaufhaus. Ich arbeite in einem Kaufhaus. I'm an office worker. Ich bin ein Büroangestellter. Who are you? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? What are your hobbies? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Ich liebe Shopping. Ich habe in letzter Zeit viel YouTube geschaut. Ich habe in letzter Zeit viel YouTube geschaut. Ich schaue gerne Filme. Ich schaue gerne Filme. Ich schaue gerne Filme. Welche Art von Filmen mögen Sie? Welche Artikel von Filmen mögen Sie? Welche Art von Filmen mögen Sie? Where are you from? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Sie? Wo wohnen Sie? Was machen Sie jetzt? Lassen Sie uns zusammen gehen. Wie viele Personen gibt es in Ihrer Familie? Wie viele Personen gibt es in Wir sind eine vierküpfige Familie. Wir sind eine vierküpfige Familie. Wie viele Brüder und Schwestern haben Sie? Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich habe jetzt keinen Freund. Can I have a look? Dürf ich mal gucken? Okay. In Ordnung? Can I borrow an umbrella? Kann ich mir einen Regenschirm leihen? Kann ich mir einen Regenschirm leihen? Of course. Na sicher. Na sicher. I'm sorry, I'm late. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. It's okay. Never mind. Es ist in Ordnung. Keine Ursache. Es ist in Ordnung. Keine Ursache. Es ist in Ordnung. Keine Ursache. Are you free? Sind Sie frei? Sind Sie frei? Sorry, I'm tied up. Entschuldigung, ich bin gefesselt. Entschuldigung, ich bin gefesselt. What do you think? Was meinen Sie dazu? Was meinen Sie dazu? I think so, too. Das denke ich auch. I don't think so. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich bin nicht interessiert. Ich bin nicht interessiert. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Ich stimme dir nicht zu. Ich stimme dir nicht zu. No problem. Kein Problem. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich beneide Sie. Ich beneide Sie. Ich beneide Sie. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Ich bin einsam. Ich bin einsam. Ich bin einsam. nervös. Ich bin einsam. Ich bin nervös. Ich bin ein wenig nervös. Ich bin ein wenig nervös. Das macht mich wütend. Ich war überrascht. Ich war überrascht. Es ist nicht Ihre Schuld. Es ist nicht Ihre Schuld. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du bist so nett. Du bist so nett. Das ist großartig. Das ist großartig. You're smart. Du bist schlau. Du bist schlau. That hairstyle is nice. Die Frisur ist schön. Die Frisur ist schön. Congratulations. Herzlichen Glückwunsch. Good for you. What should I do? What should I do? Ich werde mein Bestes tun. Ich bin froh von dir zu hören. Ich bin froh von dir zu hören. Ich bin froh von dir zu hören. I'm looking forward to seeing you. Ich freue mich auf dich zu sehen. Ich bin froh von dir zu hören. I have to go now. Ich muss jetzt gehen. May I take your order? Daff ich Ihre Bestellung aufnehmen? Daff ich Ihre Bestellung aufnehmen? Two fried chicken, please. Zwei Brathähnchen, bitte. Zwei Brathähnchen, bitte. Zwei Brathähnchen, bitte. For here? Für hier? Für hier? To go, please. Zum Mitnehmen, bitte. Zum Mitnehmen, bitte. Zum Mitnehmen, bitte. For here, please. Für hier, bitte. Für. Hier. Bitte. Für hier, bitte. Sind noch Plätze frei? Sind noch Plätze frei? Please have a seat here. Bitte nehmen Sie hier Platz. Bitte. Nehmen. Sie. Hier. Platz. Bitte nehmen Sie hier Platz. Excuse me. I'd like to order. Verzeihung, ich möchte gerne bestellen. Verzeihung, ich möchte gerne bestellen. Dies ist nicht das, was ich bestellt habe. Dies ist nicht das, was ich bestellt habe. Ich hätte gerne ein Glas Rotwein. Ich hätte gerne ein Glas Rotwein. Cheers! Prost! 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 Do you like it? Gefällt es dir? Gefällt es dir? Gefällt es dir? It's delicious! Es ist köstlich. Es ist köstlich. Es ist köstlich. Es ist köstlich. It's a little spicy. Es ist ein bisschen scharf. Es ist ein bisschen scharf. Es ist süß und lecker. Es ist süß und lecker. Es ist süß und lecker. It tastes blam. Es schmeckt fade. Es schmeckt fade. Es schmeckt stark. Es schmeckt stark. Es schmeckt stark. Welches gefällt dir besser? Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Check, please! Bitte überprüfen! Let's split the bill! Wir teilen die Rechnung auf. Do you accept credit cards? Akzeptieren Sie Kreditkarten? Can I have a receipt? Kann ich den Rezept haben? Kann ich den Rezept haben? Are you looking for something? Suchst du etwas? Suchst du etwas? Suchst du etwas? Where is the cosmetics section? Wo ist die Kosmetikabteilung? Wo ist die Kosmetikabteilung? I'm just looking. Ich schaue nur. Ich schaue nur. Can I try it on? Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? It's a little tight. Es ist ein bisschen eng. Es ist ein bisschen eng. Es ist zu groß. Es ist zu groß. Es ist zu groß. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Können Sie mir einen besseren Preis anbieten? Können Sie mir einen besseren Preis anbieten? Ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme das. Where is the cashier? Wo ist die Kassiererin? Wo ist die Kassiererin? I'd like to return this. Ich möchte dies zurückgeben. Ich möchte dies zurückgeben. This is broken. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Can you exchange it? Kannst du es austauschen? Kannst du es austauschen? Hello, may I speak to Mr. Brown? Hallo, darf ich mit Mr. Brown sprechen? Hallo, darf ich mit Mr. Brown sprechen? I can't hear you clearly. Ich kann sie nicht deutlich hören. Ich kann sie nicht deutlich hören. Could you speak a little louder? Könnten Sie ein wenig lauter sprechen? Könnten Sie ein wenig lauter sprechen? Was ist der Zweck Ihres Besuchs? Was ist der Zweck Ihres Besuchs? Was ist der Zweck Ihres Besuchs? I'm here for sightseeing. Ich bin zum Sichtsee ein hier. Ich bin zum Sichtsee ein hier. Ich bin geschäftlich hier. Ich bin geschäftlich hier. Ich bin geschäftlich hier. Please go to this place. Bitte gehen Sie zu diesem Ort. Bitte gehen Sie zu diesem Ort. Bitte gehen Sie zu diesem Ort. Please turn right at the next traffic light. An der nächsten Ampel biegen Sie bitte rechts ab. An der nächsten Ampel. An der nächsten Ampel biegen Sie bitte rechts ab. Stop here please. Halten Sie bitte hier an. Halten Sie bitte hier an. Entschuldigen Sie mich, ich habe eine Reservierung. Entschuldigen Sie mich, ich habe eine Reservierung. Ich würde gerne auschecken. Ich würde gerne auschecken. Ich würde gerne auschecken. Mit eingeblendeter Karte, ich möchte hierher fahren. Ich kann nicht online gehen. Ich kann nicht online gehen. Ich kann nicht online gehen. Es gibt kein fließend heißes Wasser. Es gibt kein fließend heißes Wasser. The toilet is clogged. Die Toilette ist verstopft. Die Toilette ist verstopft. The power went out. Der Strom fiel aus. Der Strom fiel aus. Please clean my room. Bitte reinige mein Zimmer. Bitte reinige mein Zimmer. Bitte reinige mein Zimmer. I'd like to send a parcel. Ich möchte ein Paket versenden. Ich möchte ein Paket versenden. Ich würde gerne Geld tauschen. Ich würde gerne Geld tauschen. Where can I find an ATM? Wo kann ich einen Geldautomaten finden? Wo kann ich einen Geldautomaten finden? Gibt es hier in der Nähe ein Münztelefon? Gibt es hier in der Nähe ein Münztelefon? Do you speak English? Sprichst du Englisch? My wallet was stolen. Mein Portemonnaie wurde gestohlen. Mein Portemonnaie wurde gestohlen. I lost my passport. Ich habe meinen Reisepass verloren. Ich habe meinen Reisepass verloren. Ich habe meinen Reisepass verloren. I feel sick. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. I have a fever. Ich habe Fieber. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Es tut hier wirklich weh. Es tut hier wirklich weh. Ich möchte die Botschaft anrufen. Ich möchte die Botschaft anrufen. Let me go. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Help! Hilfe! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017